Hallo YouTube Freunde, ja, bisschen ungewohnt, dass am 1. Januar gerade sowas kommt, ja, aber ich wünsche euch ein Happy New Year, hoffentlich hattet ihr gestern ein kleines, schönes, schönen Silvester, äh, Planung für dieses Jahr, 2023, mir gefällt mir ab, also am 1. Let's play technisch, weiß ich nicht, was spielt echt weiter, kommt die ein oder andere Videos nochmal, ähm, ja, bei Shantay, muss ich eh noch kurz rein sagen, wenn ich jetzt da bin, ähm, wie gesagt, ihr könnt mir jetzt sehr gerne in diesem Video reinschreiben, ob ich es dann vorspielen soll, vielleicht habe ich es ja schon gemacht, äh, weil der Bürgermeister ja im letzten Mal ja nicht findbar war, aber das ist nur ein kleines Spoiler, jetzt habe ich es dann schon, äh, ich schaue mal für das späteste Mal noch vor, äh, ja, Planung für dieses Jahr noch, äh, ist ja noch Ding, äh, vielleicht nochmal der ein oder andere Festival, ich schaue mal, ob ich vielleicht Fantasy Basel noch mal und Zürich Gameshow, wer irgendetwas glaubt deutschland denn Comic Con, weiss ich jetzt nicht, ob ich da dazukomme, und so, das weiss ich noch nicht, kann ich euch noch nicht versprechen, vielleicht mache ich es noch, vielleicht nicht, schaue ich mal, aber vielleicht, wenn es gut geht, nochmal Zürich Gameshow und Fantasy Basel, vielleicht sogar noch Gamescom, weiss ich auch noch nicht, schauen wir mal, ja, und, äh, schauen wir mal, was es abgeht, ja, wirklich, das wird dann schon mal Dinget, ansonsten informiere ich euch weitere Sachen, ja, und, äh, ja, und ab morgen jetzt wieder nochmal weiter, ja, äh, ja, das war es auch schon wieder von diesem Neujahr-Ziel-Video, dann sage ich Weihnachten, lass bitte einen fetten Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr dieses Jahr das kleines Ziel hattet, äh, ja, und danke dann fast für, danke für diese gar alle Abonnenten hier, ja, danke, das, äh, Herz geht raus, und, ja, äh, sonst, äh, wenn du noch kein Abonnent bist, abonniere mich, wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen, sonst, äh, folge mich bitte auf Twitter und Instagram, ist mein Titelbild über den Abonnier-Button, dort ist auch mein Zweikanal verlinkt, Simulator-LP, und sonst, ciao, dass ich sonst vieles gemacht habe, und ciao, Leute!